Meine Zeit mit Hunden und Fotografie verbringen zu können, ist ein wahrgewordener Traum. Mein Name ist Elke Vogelsang und ich bin Fotografin mit Spezialisierung auf Hundefotografie. Ich fotografiere seit drei Jahren mit Fujifilm X-Kameras und bin schon seit einiger Zeit überzeugt, das richtige System für mich gefunden zu haben. Aber durch den bei der Fujifilm X-T3 stark verbesserten Autofokus wird diese Kamera zum wahren Sportspezialisten. Als Stilfotografin begrüße ich das natürlich sehr. Die bewährt einfache Bedienung und Handlichkeit in Kombination mit der enormen Schnelligkeit und der herausragenden Bildqualität machen die Kamera zum kreativen Begleiter. Ich habe immer eine Kamera dabei. Fotografie ist nicht nur mein Beruf, sondern auch mein Hobby. Meine Hunde sind kleine Models, die gerne für meine Kamera posieren, da sie wissen, es gibt Belohnung und Spaß. Dafür brauche ich Ausrüstung, die nicht im Weg steht, die unaufdringlich ist und dennoch Leistung bringt. Mit möglichen 30 Bildern pro Sekunde und einer maximalen Verschlusszeit von sogar 1,32 Sekunden werden auch extrem schnelle Bewegungen eingefroren und jeder noch so kurze Moment festgehalten. Das eröffnet natürlich weitere Möglichkeiten für spannende Bilder. Meine Ausrüstung ist mein Werkzeug. Es muss widrigsten Bedingungen standhalten können und trotzdem zuverlässig funktionieren. Der Berührungsbildschirm, verbesserte Gesichts- und Augenerkennung und die kreativen Möglichkeiten der Verarbeitung von Bildern in der Kamera sind nur einige der vielen Eigenschaften, die diese Kamera zu einem wunderbaren Gesamtpaket machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.